Mord und Schrecken in der Idylle. Kommissarin von Hagemann will ihre albtraumhafte Vergangenheit hinter sich lassen und zieht sich Lüneburgs grausiger Gegenwart gegenüber. Ihr Vorgesetzter geht mit ihr auf die unheilvolle Jagd nach dem serienmordenden Psychopathen. Doch jetzt werden sie zu Gejagten. Im Ende wohnt stets ein Anfang. Blutheide, ein Lüneburg-Krimi von Katrin Hanke und Claudia Kröger. Erschienen im Gmeiner Verlag.